»Warum schmeißen Sie den alten Kühlschrank nicht in den Müll?«, fragte ich sie und erfuhr, dass dieses Gerät eine besondere Bedeutung in den Erinnerungen der Schwiegermutter hat. Dieser ihr treueste Wegbegleiter, erklärte sie. Sie habe das Gerät Sil Moskau als Hochzeitsgeschenk vor einer halben Ewigkeit bekommen. Vor kurzem wurde der Kühlschrank 60 Jahre alt. Die ganze Familie hatte gefeiert. In den ganzen Jahrzehnten hatte er keinen einzigen Ausfall. Nur kurz vor dem Jubiläum war ihm das Plastiktürchen im unteren Fach abgefallen, genau dort, wo in pathetischer sozialistischer Sprache für wahren besondere Bedeutung steht. Seitdem brüllte er wie verrückt. »Wir haben nach dem Meister gesucht, der Ersatzteile für solche alten Geräte haben könnte,« erzählte die Schwiegermutter. »Der Meister kam, sah den Kühlschrank und bot mir sofort 1.000 Dollar dafür an. Ich habe ihn natürlich nicht verkauft, sondern erst mal im Internet nachgeschaut, wie es um die Preise für einen Sil Moskau 1957 steht. Ich war verblüfft. Es gibt einen regelrechten Hype, was diese sowjetischen Kühlschränke aus den 50ern betrifft. Für einen wie den unseren werden Preise bis zu 3.000 Dollar bezahlt. Ich tat es meiner Schwiegermutter nach, recherchierte im Netz und wunderte mich ebenfalls. Sil Moskau schien einen sehr guten Ruf zu genießen, und zwar in allen ehemaligen Republiken der Sowjetunion. Die Gründe, warum die Leute für alten Schrott so viel Geld ausgeben wollen, waren nicht leicht herauszufinden. Eins stand fest, der Kühlschrank ist von Legenden und Anekdoten überhäuft. Es wird zum Beispiel erzählt, Sil Moskau wurde im Schatten des Kalten Krieges gebaut. Die Welt bereitete sich auf einen Atomkrieg vor. Im Fall eines solchen Krieges sollte der Kühlschrank als Bunker für sowjetische Bürger dienen. Die Wände dieses Kühlschrankes lassen radioaktive Strahlung nicht durch. Nachgewiesen ist auf jeden Fall, dass dieser Kühlschrank jede Telekommunikation, alle Funkquellen auf allen Frequenzen erfolgreich abwehrt. Er ist also ein abhörsicherer Ort, vielleicht der letzte abhörsicherer Ort der Erde, zu dem weder NSA noch CIA, FBI oder KGB Zugang haben. Wenn die Russen also über Wichtiges reden wollen, dann ist der Kühlschrank Sil Moskau genau der richtige Ort dafür. Man muss sich nur möglichst warm anziehen, bevor man hineinsteigt. Andere Leute sagen, dieser Kühlschrank sei gar kein Haushaltsgerät, sondern eine in den sowjetischen Geheimlabors entwickelte transformierbare Waffe.